Hallo und willkommen zurück zu Contraption Maker. Es ist mal wieder Freitag und das bedeutet es ist Contraption Friday. Ja, wie wir sehen, wir haben noch vier Level vor uns und ja, das bedeutet, wenn die Entwickler nicht bald was Neues nachliefern, haben wir nichts mehr zu tun. Nein, das bedeutet, dass wir uns so langsam mal Gedanken machen können über die Community Level. Wenn man hier sieht, nur mal kurzer Einblick, 21 Seiten, da gibt es einiges zu tun. Da werden wir auf jeden Fall uns mal umschauen, was es hier so schönes gibt und da auch gleich ein Aufruf an euch, wenn ihr irgendwelche ganz tollen Level schon gespielt habt oder sei es, dass sie schwierig sind, sei es, dass sie besonders lustige Lösungen haben, sei es, dass sie, ja, total sinnlos sind oder vielleicht habt ihr auch selber welche gemacht. Also auf jeden Fall, wenn ihr solche Level habt, wo ihr meint, die muss ich unbedingt spielen, dann schickt mir doch bitte den Namen oder den Link oder keine Ahnung, wie das bei Steam am besten funktioniert. Ich denke, mit dem Namen werde ich sie schon finden und dann, sobald wir hier durch die offiziellen Level durch sind, werden wir dann mal schauen, was wir hier so finden und ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen Spaß haben mit diesen Leveln. So, aber, ja, wo sind wir? Seite 2, noch 4, würde ich sagen, machen wir gleich weiter und, ja, wie gesagt, schickt mir, wenn ihr Vorschläge habt, die sehr gerne zu und sobald wir hier durch sind, werden wir die beginnen. So, wo sind wir? Solar Living. Ich starte hier mal und dann, nächstes Mal weiter. Es ist dunkel draußen und Tim kann seine Solar Paneele nicht anmachen. Okay, leuchte mit Licht auf die Paneele und erhelle sein Haus. So, also hier sind die Solar Panels und die sollen das hier dann erhellen. Gut, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen, wir lassen einfach mal laufen. Das geht hoch, der geht drüber, da unten geht irgendwas runter. Das heißt, ja, ja, das sieht mal hier drüben sehr nach einem Seil aus, das hier irgendwie rüber muss. Ja, jetzt ist die Frage hier, vermutlich. Dann könnten wir, weil das irgendwie gerade so schön aussieht, das verlängern. Ich habe keine Ahnung, warum, aber es könnte funktionieren. Gut, dann als nächstes. Der geht runter, das passt schon mal, das geht da hoch. Das hier könnte man benutzen, um einen Hamster zu erschrecken. Keine Ahnung warum, aber ja, warum nicht? Das habe ich natürlich jetzt famos hingekriegt, dass das Teil genau nicht an den Hamster ging. So, eigentlich reicht es ja auch so. Dann könnte theoretisch diese Kugel nach oben gezogen werden. Jetzt könnte man noch den hier festmachen. Keine Ahnung warum, aber man könnte. Des Weiteren können wir das hier mal umdrehen, dann ist hier schon mal sozusagen das, wo Licht angehen soll da. Was passiert hier eigentlich mit der? Noch gar nichts. So, die wird auch nicht hochgezogen, weil viel zu schwer. Gut, dann wohl eher nicht. Könnte ich jetzt hier irgendwas zum Durchschneiden verwenden. Die Frage ist, warum sollte das hier erst durch... Ah ok, das sollte natürlich erst durchgeschnitten werden, wenn... Das sollte erst durchgeschnitten werden, wenn das hier auch drauf liegt. Das heißt, das dauert etwas. Aber... Die Billardkugel wird da eher nicht hochkommen. Noch mal probieren. Na, die Kugel ist definitiv zu... Langsam, schnell, spät... Eins von allem. Ok. Das heißt, das funktioniert irgendwie nicht. Was wäre denn, wenn wir das hier hin... Ne, das funktioniert auch nicht. Hier irgendwo... Da wird noch rein passen. Hm. Und das können wir ja ändern. So ein bisschen. Also wir können einmal die... Die... Können wir? Können wir da was einstellen? Help for part. Ok. Control. Aha. Also hier... Was? Kann man es drehen? Ja, aber ich glaube nicht, dass uns das hilft. Hier kann man irgendwie... Ah doch. Ok. Die Länge. Und hier? Auch. Hm. Steiler. Hilft uns Steiler weiter? Eher nicht. Also ich denke, das ist eigentlich schon vom Prinzip her richtig. Aber irgendwas ist falsch. Wir kommen nämlich hier irgendwie nicht hoch. Noch mal schauen. Hm. Ne, das ist definitiv nicht so das, was wir brauchen. So. Und wenn wir jetzt dieses Seil wegnehmen, was passiert dann? So. Auf Blöd. Der dreht sich jetzt schon. Und hört natürlich jetzt genau auf. Das ist nicht so praktisch. Gut. Das heißt, er müsste vielleicht einfach schon früher los... Äh. Legen ja? Egal. Das probieren wir mal aus. Ne. Oh, das ist vor allem übrigens die falsche Richtung. War das jetzt schon die ganze Zeit die falsche Richtung? Und ich bin blind? Ah. Es war tatsächlich die falsche Richtung. Na super. Hätten wir mir auch mal sagen können. Warum sagt ihr mir nichts? Ja. Wahrscheinlich sitzt ihr schreiend vor dem Bildschirm und sagt... Mach doch mal richtig rum. So. Und jetzt wird das angestupst. Und daneben. Sehr gut. Dann noch Präzisionsarbeit verrichten. Mal gucken, ob ich jetzt richtig aufgepasst habe. Und... Stups. Du. Ne. Genau daneben. So. Jetzt aber. Gibt's doch gar nicht. Und. 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 Ja. Gut gezielt. Tim, glaube ich, hieß er, hat endlich Licht. Das ist doch schön. Auf geht's zum nächsten Puzzle. Äh. Diese Blimp-Pilots. Aha. Irgendwelche. Die hier wahrscheinlich. Aren't getting anywhere. Äh. Äh. Kommen so schnell nirgends hin. Äh. Äh. Ja. Schneidet die Schnur durch, um sie zu befreien. Gut. Also. Wir schauen mal wieder, was passiert, wenn wir starten. Hier gibt's Licht. Der Ball fällt runter. Und. Das war's. Sehr gut. Das heißt. Das klingt so ein bisschen nach. Wenn du hier durchgehst, macht's ganz ordentlich Boom. Das heißt, das muss hier reinfallen. Gut. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Also. Hier leuchtet's schon mal. Das heißt, sie muss eigentlich nur noch fallen. So. Aha. Theoretisch. Könnten wir natürlich das hier machen. Nur. Wird. Ähm. Die Kanonenkugel. Äh. Die, die, die. Hier da oben. Die, die, die. Wie heißt sie? Die Bombe. Zu einfach. Natürlich dann durchfallen. Aber. Hier. Sowas. Kann man ja. Ah. Haha. Trapdoor. Das heißt, die Kanonenkugel wird durchfallen. Das Teil aber nicht. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Ja. Hat fast funktioniert. Mal ein bisschen verlängern. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Ah. Ja. Also vom Prinzip ist es hier hoch. Aber ich glaub, dann ist es wieder nach unten. Nochmal angucken. Also. Der steigt hoch. Und geht dann schön daneben. Was natürlich nicht so der Plan ist. Aber wir könnten ja mal hier sowas hinbauen. damit der auf Position bleibt. Mal gucken, ob das funktioniert. Die wird geleuchtet. Ah. 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 Jetzt versteh ich. Ähm. die zerstört das, aber das Teil wird dann deswegen natürlich noch lange nicht beleuchtet. Beleuchtet? Be. Na? Es stößt halt nicht dagegen. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Wort ist, das ich grad suche. So, und wie sieht das jetzt aus, wenn wir ein bisschen... Na, geht der immer noch nicht durch. Okay, der rollt, der rollt, der rollt. Komm, roll noch ein Stück weiter. Nein, natürlich nicht. Gut. Das heißt, wir haben hier noch einen Hamster, dem wir irgendwas bewegen können. Oder vielleicht auch einfach Bälle aufhalten können. Weil wir müssen ja eigentlich nur schaffen, den Ball da oben hin zu bewegen. Wenn ich das richtig sehe. Ja, das klingt doch nicht gut. Äh, nicht schlecht. Aber er geht nicht nach uns. Hm. Lässt sich hiermit irgendwas machen? Nein. Nicht gut. Außer wir können irgendwie sowas in der Art machen. Hm. Aber wie? Springt der da dagegen? Nicht wirklich. Hm. Also irgendwie müssen wir es schaffen, den hier rüber zu kriegen, ohne diese Trapdoor. Die ich gerade nicht wegkriege. Hallo? Trapdoor? Ah. Gibt's doch gar... Hallo? So. Was hast du jetzt davon? So. Damit... Hallo? Willst du dich mal bewegen lassen? Damit könnten wir mal eingrenzen, dass er wirklich hier hoch muss. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt der Sinn davon, aber... Bläh, 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 bläh. Und so. So. Er ging ja natürlich nicht durch, aber... Na, er geht auch nicht rüber. Okay, das heißt, das müsste irgendwas in der Art sein. Puh. Da kann ich ihn ja nicht hintun, weil... Da geht der nicht mehr durch. Was gäbe es noch? Also im Prinzip muss ich es irgendwie schaffen, durch diese Trapdoor zu kommen. mit dem Fußball, nachdem ich einmal drüber gehüpft bin. Sozusagen. Wie sieht das aus? Na, das ist... zu weit... zu wenig Schwung. Gut, jetzt ist er langsam. Zu langsam. Ah, das gibt es doch gar nicht. Wir müssen es schaffen, dass er rüberkommt. Aber beim zweiten Mal nicht. Das ist zu groß. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ja, das ging rüber. Ja. Der fällt jetzt auch hoch. Ja. Ja, das ist nicht so genau gedacht. Das war natürlich nicht so gedacht. Jetzt schauen wir mal wieder, dass er durchgeht. Ohne den Hebel wieder umzuschmeißen. Bitte, danke. die fällt natürlich durch. Ohne den Hebel. 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 Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Ich danke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. zum nächsten Mal. Ja.